Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Ferrell und in diesem Video möchte ich dir zeigen, warum ich persönlich 25.000 Euro in die Qualcomm Aktie investiert habe. Für mich die aktuell interessanteste Halbleiteraktie und warum, wieso, weshalb ich sie gekauft habe und natürlich mit Beweis, dass ich gekauft habe. Das zeige ich dir natürlich jetzt alles ausführlich in diesem Video und vielleicht bist du am Ende des Videos genauso begeistert von Qualcomm wie ich. Das Ganze natürlich für immer keine Anlageberatung, nur meine persönliche Meinung und schreib auch du gerne mal jetzt in die Kommentare, welche Aktien du so aktuell kaufst. Ich bin da sehr gespannt drauf und jeder Kommentar bekommt auch eine Antwort von mir. Dafür auch gerne schon mal einen Daumen nach oben da lassen. So, also hier sehen wir nochmal meinen Kauf. Ich habe für 101,82 Euro gekauft, insgesamt 248 Stück gemacht, 25.251,36 Euro. Das Ganze habe ich am 22.09. gemacht, falls du das Video ein bisschen später siehst, damit du auch einfach Bescheid weißt. So, grundsätzlich, was ist denn so toll an Qualcomm? Schauen wir uns mal ganz kurz einen Überblick an. Zum einen haben sie ein spannendes Geschäftsmodell. Wie gesagt, sie sind ein Halbleiterkonzern. Halbleiter ist ja sowieso ein absolutes Hype-Thema und von daher eben ein aussichtsreicher Zukunftstrend. Aber es ist eben nicht alles Halbleiter, was nur Halbleiter, ja, wo der Halbleiter draufsteht, sondern es ist tatsächlich sehr, sehr viel spannender. Und ja, sie sind aktuell sehr, sehr günstig bewertet und haben auch aktuell eine sehr starke charttechnische Unterstützung. Auch das schauen wir uns natürlich noch im Chart an. Also auch da noch etwas Geduld, das kommt relativ am Ende des Videos. Da schauen wir uns auf jeden Fall nochmal die charttechnische Situation an. So, grundsätzlich einmal Qualcomm, was ist denn das so für ein Unternehmen? Was steckt denn da so dahinter? Es ist ein amerikanisches Unternehmen im Bereich Halbleiter, hat auch mittlerweile schon eine ganz große Historie. In dem Fall wurden sie gegründet 1985, was für ein Halbleiterkonzern durchaus schon eine gute Historie ist. Denn das Thema ist dann auch gar nicht so lange wichtig tatsächlich und von daher San Diego, USA ist damals der Gründungsort gewesen und ja, wie gesagt, immer noch in den USA. Aber mittlerweile global aufgestellt und wenn man sich mal anschaut auf der Qualcomm Homepage, was es da so für Produkte gibt, für Smartphones, für Internet of Things, für alles mögliche 5G-mäßige, für alle möglichen Dinge, wie zum Beispiel auch Satelliten und so weiter. Also ein riesen Komplex an Produkten, die quasi von Technologien von Qualcomm abgedeckt werden. Hier sehen wir es zum Beispiel auch, die 5G-Technologie extrem begehrt. AI ist natürlich auch ein Riesenthema, was mit Qualcomm verbunden wird. Extended Reality auch ein Thema, was super stark in der Zukunft wachsen wird. Also von daher, ja wirklich extrem viele Trends, aber das war es noch nicht, denn tatsächlich ist da noch viel, viel mehr dahinter. Aber das ist jetzt einfach mal der erste Punkt. Also allein 5G, also die Mobilfunkverbindungen zum Beispiel, plus eben das Thema KI und eben Virtual Reality, plus dann natürlich der große Smartphone-Markt, wo Qualcomm absolut führend ist. Da sind sie zum Beispiel ganz, ganz groß mit Apple. Da kommen wir auch noch drauf. Da gab es jetzt auch eine Entscheidung mit Apple, ob die Verträge verlängert werden oder nicht. Und auch da, ich meine, Apple setzt drauf, also kann es nicht ganz so schlecht sein. Von daher auch hier wirklich sehr, sehr interessant. Internet of Things ist auch ein super spannendes Thema mit Audiokameras, Smart Homes und Smart Fitness. Also sämtliche smarten Geräte quasi, die eben hier mit Prozessoren von Qualcomm ausgestattet werden. Und da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, dass Internet of Things, eben gerade solche smarten Geräte, eben ja immer begehrter werden und immer mehr auch in der Zukunft Anwendung finden. Ansonsten, wir haben eben auch grundsätzlich solche Dinge wie zum Beispiel auch Verbindungen mit der Automobilbranche, wo es dann eben auch darum geht, Autos smart zu machen. Und da hat zum Beispiel auch Mercedes hier ganz klar sich bekannt dazu, dass sie eben auf Qualcomm setzen. Und hier auch wirklich, ja, ein ganz, ganz starkes Thema. Smarte Autos werden ja auch immer wichtiger, gerade eben auch mit der Elektrifizierung der Autos. Und von daher, ja, wirklich sehr, sehr stark. Ja, ansonsten 2023 haben wir ein Jahr, was auch wieder, ja, durchaus spannende Projekte bereithält. Es ist natürlich trotzdem ein bisschen schwieriger, weil man eben auch aktuell sieht, dass der Smartphone, ja, Absatz so ein bisschen zurückgeht. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir jetzt einfach extrem viele sehr starke Jahre hatten. Und deswegen ist die Aktion auch aktuell so ein bisschen korrigiert. Da kommen wir aber, wie gesagt, noch drauf. Und, ja, aktuelle Projekte oder große Partnerschaften, zum Beispiel mit, ja, Windows, zum Beispiel, aber eben auch mit, ja, allen möglichen, ja, Smartphone-Herstellern, Satellitenherstellern, aber auch zum Beispiel in dem Bereich Videocalls, also Internet-Telefonie mit Zoom und so weiter. Auch da wirklich gigantisch große Konzerne, die eben auch hier auf Qualcomm setzen. Und dementsprechend wirklich, also in unserem alltäglichen Leben, ob wir es bewusst sehen oder unbewusst, wirklich sehr, sehr viel Qualcomm verbaut. Und wenn ich jetzt noch sage, dass die Bewertung aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14, also 1,4, nicht 40, sondern 1,4, 14 bewertet ist, dann ist das wirklich ein absoluter Schnapper, wie ich finde. Ansonsten, wir sehen auch hier, die Partnerschaft mit Apple wurde verlängert bis 2026. Was danach kommt, weiß man natürlich nicht, aber auch da nochmal der Hinweis, Qualcomm ist natürlich nicht nur Apple im Smartphone-Bereich, sondern hat eben auch noch andere Partnerschaften und auch ich glaube, dass Apple noch weiter verlängern wird, weil Qualcomm einfach sehr, sehr gute, ja, Prozessoren liefert und wie gesagt, auch Samsung setzt zum Beispiel drauf. Also der Smartphone-Markt ist meiner Meinung nach groß genug, dass Qualcomm auch weiterhin gut wachsen kann, aber Apple ist natürlich, das darf man auch nicht vergessen, natürlich sehr groß und auch sehr wichtig. Und das ist natürlich eine Sache, auf die ich nochmal hinweisen wollte. Ansonsten die Dividende, 2,93% aktuell und die wird seit 19 Jahren gesteigert und das unglaubliche 11% pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Also auch da wirklich eine tolle Dividendenaktie und deswegen habe ich sie eben auch in mein Dividendendepot geholt. Nichtsdestotrotz hat sie aber auch schönes Wachstum und deswegen schauen wir uns auch gleich nochmal den Chart an, damit wir eben auch sehen, dass hier eben die perfekte Kombination aus relativ hoher Dividendenrendite plus starker Steigerung pro Jahr plus Kurswachstum da ist. Also aktuell kostet sie 102,62 Euro und wir schauen uns das mal an, wie sie in den letzten 10 Jahren so performt hat. Da war ja lange auch Jahre, wo nicht so viel passiert ist, aber dann 2019, 2020, 2021 wirklich gigantisch in die Höhe geschossen. Und wie gesagt, das weiß man ja bei allen Halbleiteraktien, die sind da extrem in die Höhe geschossen, weil das Thema einfach brandheiß geworden ist. Die Digitalisierung ist extrem gepusht worden durch 2020 und ja, von daher wirklich einfach auch ein sehr, sehr gutes Thema. Und aktuell haben wir einfach wieder eine starke Korrektur und dementsprechend auch relativ günstig bewertet mit einem Kursgewinnverhältnis von 14. Also nur mal zum Vergleich, Nvidia zum Beispiel ist über 100. Also von daher wirklich gar kein Vergleich und dementsprechend auch wirklich eine der günstigsten Halbleiteraktien, aber trotzdem mit einer sehr, sehr guten Stellung im Markt und eben auch hier bei rund 100 Euro eben auch eine starke Unterstützung. Wir sehen auch hier einen Ansatz dafür, dass wir eben eine invertierte Schulter-Kopf-Schulter-Situation haben. Also hier der Kopf, da eine Schulter und davor eben nochmal die Schulter. Das heißt hier, das ist ein charttechnisches Bild, was eben, also hier nochmal die andere Schulter, ein charttechnisches Bild, was eben sehr positiv ist, dass es eben sehr bullisch ist, also nach oben ausbrechen könnte. Es kann aber natürlich, wir sehen auch hier einen Doppelboden quasi nochmal, aber auch einen Doppeltop im kurzfristigen Wochenbereich. Das ist natürlich wieder so eine Sache, also da muss ich dann natürlich entscheiden, wie jetzt auch die Börse generell von der Stimmung her sich entscheiden wird, ob sie eher dann wieder sich erholen oder eben weiter nach unten gehen. Nichtsdestotrotz, so oder so, egal in beiden Situationen, in beiden Szenarien, finde ich persönlich, dass das Aufwärtspotenzial deutlich höher ist als das Abwärtspotenzial. Ihr dürft auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das übrigens auch seht. Und ich bin, wie gesagt, hier jetzt eingestiegen bei rund 101 Euro und von daher bin ich auch hier sehr zufrieden und halte die Aktie auch langfristig. Ja, meine persönliche Einschätzung, ich persönlich, so mein Wohlfühlbereich wäre bis 107 Euro, da würde ich kaufen und alles drüber wäre für mich auch noch kaufenswert, aber nicht mehr mit einem absoluten Superlächeln auf dem Gesicht, sondern eben nur noch, ja, ganz zufrieden. Und ja, von daher, das habt ihr einfach mal jetzt so eine Marke von mir genannt bekommen. Ansonsten, sie haben starke Produkte mit absolutem Zukunftspotenzial. Wie gesagt, nicht nur Smartphones, das wird immer vergessen, sondern eben auch die ganzen anderen Bereiche, Satelliten, 5G, die ganze Geschichte mit den smarten Autos und so weiter. Sie haben eine sehr, sehr starke Dividende plus starkes Dividendenwachstum plus eben solides Kurswachstum, auch das gehört dazu. Und das macht es für mich eben zu einer sehr, sehr starken Dividendenaktie. Und deswegen ist ja auch in meinem Dividenden-Depot drin und ist eben aktuell charttechnisch auch noch sehr, sehr interessant. Also was will man mehr? Auch noch günstig mit einem KGV von 14. Also für mich wirklich ein absoluter No-Brainer in der Halbleiterbranche. Aber wie gesagt, ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso seht, ob ihr das anders seht. Ich bin da sehr, sehr gespannt auf euer Feedback und lasst wie gesagt auch gerne einen Daumen nach oben dafür das Video, wenn es euch gefallen hat und weitergeholfen hat. Und ja, ansonsten natürlich auch gerne ein Abo. Wir sind mit Leuten über 100.000 Abonnenten. Großes Dankeschön dafür. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du noch kein Abonnent bist, jetzt zum Abonnenten wirst. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Viele schöne Renditen, vielleicht auch mit Qualcomm. Und bis dahin alles Gute, dein Flo Farrell. Vielen Dank.